Hallo liebe Zuschauer von Info Rhein-Main. Ich bin heute in Wiespar unterwegs auf dem Veggie World. Was uns so erwarten, das schauen wir uns mal an. Bis zum nächsten Mal. Wenn das, was ich schmecke, nicht gut ist, was ich anfasse, nicht gut ist, was ich sehe, was Bitteschön ist die Güte. Verstehen Sie? Sapore ist der Geschmack. Sapiens ist das Wissen. Wenn man den Geschmack verliert, verliert man tatsächlich das Wissen. Wenn es verstanden wird, dass die Lebensmittel, die Lebensmittel selbst der Träger des Lebendigen sind, das heißt, die Lebensmittel sind die Lebendigkeit selbst, dann müssen wir alles daran setzen, um diese Produkte so natürlich, so authentisch wie möglich, so wie Bircher Benner das uns gesagt hat, lasst eure Lebensmittel so natürlich wie möglich. Super. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung. BR 2018